In deiner Nähe finde ich Ruhe und Geborgenheit. Dir kann ich mitteilen, was mein Herz bewegt. Alle meine Gedanken sind dir bestens bekannt und du siehst meine Herzenswünsche. Jeden Tag hörst du mir zu und kümmerst dich um meine Anliegen. Nichts kann dich aus der Ruhe bringen, denn deine Liebe ist grenzenlos. Du verstehst mich und deine Nähe tut mir gut. Gutes will ich von dir reden, denn du liebst mich so wie ich bin. Vereint im Gebet wollen wir als Frauen unsere Stimme erheben, um Gottes Liebe und seine Schönheit in die Welt zu bringen. Wir geben unsere Sorgen an ihn ab, in dem Wissen, dass er sich um uns kümmert. Wir beten für Frieden, Heilung und für unsere Familien. Das lässt unsere Herzen ruhig werden und mit tiefer Freude erfüllen. Niemals werden wir aufgeben zu beten, zu glauben, zu hoffen, dass Wunder auf dieser Erde geschehen werden. Denn die Freude an Gott ist unsere Stärke und seine Nähe macht uns zutiefst glücklich. Lasst uns aufstehen und nah am Herzen Gottes leben. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!